hallo liebe zuhörer liebe zuhörerin ich begrüße dich für eine neue meditation heute noch mal zum thema abnehmen und diese meditation ist für dich gut geeignet abends zum einschlafen denn sie begleitet dich in einen entspannten ruhigen schlaf und gleichzeitig kannst du sie nutzen um dein unterbewusstsein dahingehend zu trainieren abzunehmen dann bitte ich dich dass du zunächst noch mal schaust dass du ganz ungestört bist und vielleicht schon deinen platz dir ganz gemütlich machst schaust dass du nicht gestört wirst vielleicht das handy auch in den flugmodus und dann findet zunächst einmal eine richtige position in der du dich ganz wohlfühlen kannst mach es dir so bequem gönne dir diese gemütlichkeit und dann schließe einfach deine augen dann achte einmal auf deinen atem der mehr und mehr ruhig und gleichmäßig fließt und du kannst wahrnehmen wie du dabei immer mehr zur ruhe kommst und du spürst beim einatmen am besten durch die nase wie du ruhe und entspannung einatmest und beim ausatmen kannst du alles loslassen was dich heute belastet hat du brauchst nun gar nichts mehr zu tun und du brauchst auch nichts zu erwarten dass irgendetwas besonderes jetzt hier passieren muss beim einatmen nimmst du sauerstoff und ruhe und entspannung ein und immer wenn du ausatmest entspannst du tiefer und tiefer und lässt ein stückchen mehr den tag und all die geschehnisse los und du atmest ein und beim ausatmen lässt du alle pflichten los alle gedanken die noch kommen dürfen kommen und mit jedem ausatmen lässt du sie immer weiter los du kommst immer mehr zur ruhe und mit jedem atemzug entspannst du dich mehr und mehr immer tiefer und tiefer und mit jedem ein und ausatmen kannst du dich noch tiefer entspannen und vielleicht merkst du schon dass du ruhiger wirst du kannst dich bei deinem nächsten einatmen einmal auf dein herzzentrum konzentrieren das ist in der mitte deiner brust und du atmest über dein herzzentrum ein und alles was du nicht mehr brauchst atmest du mit dem ausatmen über dein herzzentrum wieder aus und beim nächsten einatmen nimmst du licht und liebe auf und beim nächsten ausatmen verteilst du licht und liebe in deinem ganzen körper in jede zelle du spürst wie diese gute energie dich entspannt und immer ruhiger werden lässt und wenn du noch ein wenig wach bist bleibst du mit deiner aufmerksamkeit bei deinem herzzentrum und deinem atem und du atmest licht und liebe über dein herzzentrum und du atmest licht und liebe über dein herzzentrum wieder aus und während du hier liegst kannst du deinen körper fühlen und spüren wie weich er wird und wie er immer mehr in die unterlage sinkt und du spürst wie du immer ruhiger wirst und sich eine angenehme entspannung in dir breit macht und du merkst unter deinem kopf das kopfkissen und du kannst mit deinem atem spüren wie sich auch das kopfkissen ganz leicht hebt und sinkt während du ein und ausatmest deine hände deine arme deine ganze schulterbereich fühlt sich immer weicher und entspannter an du kannst diesen immer schwerer in das bett sinken lassen du lässt noch ein stück mehr los und auch dein rücken und deine beine sinken immer tiefer und tiefer in die entspannung und du lässt deinen körper stück für stück los er kann sich jetzt ganz um sich selbst kümmern und du vertraust und lässt immer weiter los dein unterbewusstsein wacht nun über dich und vielleicht hörst du noch ganz aufmerksam zu oder du hörst auch schon die stimme wie in einem fluss dahin plätschern und sie begleitet dich nur noch weiter in die tiefere entspannung alles fällt von dir ab und du gelangst immer tiefer und tiefer heute bist du hier um auch noch einmal nachzufühlen was zu deinem übergewicht geführt hat all das was tief in deiner seele ist ist auch tief in deinem körper gespeichert jeder gedanke jede stimmung jedes einzelne gefühl bildet sich in deinem körper ab zeigt sich dort vielleicht als druck als spannung vielleicht auch als seltsames gefühl manchmal sogar als schmerz oder krippeln irgendwo in deinem körper kannst du dies deutlich spüren vielleicht nicht bewusst da du ja schon gut schläfst aber du kannst es unbewusst wahrnehmen du kannst es verstehen und dein unterbewusstsein und überbewusstsein ist so schlau dass es das jetzt ändern kann irgendwo in deinem körper sitzen alte denkmuster die dazu geführt haben dass du gewicht anhäufst das ist eine art übergewichts muster und dies sitzt noch tief in dir und wirkt von dort aus ohne dass du es bisher wirklich bemerkt hat doch inzwischen kennst du es du hast das muster schon verstanden vielleicht akzeptierst du es dass es da ist und gleichzeitig machst du dich auf den weg es aufzulösen es ist in deinen gefühlen und gedanken verankert aber auch in deinem körper und vielleicht kannst du es schon spüren vielleicht weißt du ja dass du alles was zu dir gehört auch körperlich spüren kannst wenn du zur ruhe kommst so wie jetzt und dich auf deinen körper konzentrierst so wie jetzt natürlich hast du in deinem alltag erlebt wie sich das muster auswirken kann doch in deinem körper zeigt es sich nur eben anders als spannung wärme oder kälte als druck oder auf einem anderen wege alle denkmuster die wir tief in uns tragen zeigen sich an einer bestimmten stelle in unserem körper am deutlichsten und ich bitte nun dein unterbewusstsein dir dein muster zu zeigen das was du ganz tief in dir abgespeichert hast richte deine aufmerksamkeit auf deinen körper und spüre von kopf bis fuß nach unten wie ein scanner finde diese besondere stelle finde diese stelle die sich irgendwie anders anfühlt bei deinem übergewichtsmuster dort sitzt spüre hinein und gibt dieser stelle das signal oder auch dem gefühl was da kommt alles in mir darf jetzt da sein und gehe ganz ganz sanft mit deinem atem dorthin und spüre und nimm wahr vielleicht fühlt es sich auch anstrengend oder belastend an dann sei gewiss du kannst es nun aushalten sei unbesorgt du spürst hier vor allem das denkmuster das sich zu deiner körperfülle geführt hat nun richte all deine aufmerksamkeit all dein mitgefühl all deine achtsamkeit und liebevolle zuwendung genau auf dieses auf diesen punkt oder diese stelle deines körpers und verbinde dich mit dem inneren muster welches dort liegt stell dir vor wie von dieser stelle aus ein warmes gefühl in alle richtungen strömt als wäre eine innere sonne genau an dieser stelle die ihr licht und ihre wärme ausbreitet sanft nach allen seiten ausstrahlt bitte nun dein höheres selbst noch mehr dieses licht scheinen und strahlen zu lassen lass es immer wärmer werden so angenehm wie möglich und stell dir dieses helle licht vor das von dieser stelle aus in die tiefe deines körpers strahlt überall in der jede zelle deines körpers jede zelle deines körpers heilt und löst nun dieses muster auf stell dir vor wie dieses licht auch außerhalb deines körpers strahlt lass die stelle deine wärmequelle werden und immer angenehmer für dich wirken spüre wie diese wärme deinen ganzen körper erfasst wie du dich immer wohliger und wohliger fühlst weil du einfach deine aufmerksamkeit ganz liebevoll auf dich selbst und auf deine wunderbare stelle richtest du wirst somit immer ruhiger immer entspannter immer angenehmer und dein muster löst sich schritt für schritt auf immer angenehmer wird das denkmuster und das gefühlsmuster immer mehr lösen sich alte verstrickungen alte themen alte gefühle und all das was nicht mehr gebraucht wird auf und diese werden durch neue denkmuster der selbstfürsorge und achtsamkeit ersetzt überall wo vor kurzem noch das alte muster war findest du nun mehr und mehr liebe von dir deinem höheren freien selbst für dich immer mehr liebe von dir für dich liebe und mitgefühl deine selbst liebe und achtsamkeit deine selbst liebe und achtsamkeit und du atmest jetzt weiter ruhig und gleichmäßig vertraue auf die kraft in deinem inneren über die kraft in deinem herzen und lass diese liebe einfach ausstrahlen immer weiter von dieser stelle wo vorher das alte muster war lass es noch einmal stärker werden deine selbst liebe und achtsamkeit deine selbst liebe und achtsamkeit du spürst die veränderung deines körpers und machst dir klar dass dein körper dir immer zeigen kann wie es dir mit deinen gefühlen geht vor allem in deinen gefühlen die du vielleicht im alltag nicht so gut spüren konntest jetzt kannst du es auch in zukunft in deinem alltag wenn du einmal dich nicht so gut fühlst brauchst du nicht essen als ersatz sondern du nimmst dir die zeit und gehst mit der meditation in die innere achtsamkeit und so lernst du alte denkmuster und gefühlsmuster loszulassen und dir jeden tag ein stück mehr und mehr liebe mitgefühl und aufmerksamkeit zu schenken du achtest also jeden tag auf deinen wunderbaren körper und fragst dich bereits morgens beim aufstehen wie fühlt sich mein körper heute an zeig mir worauf ich achten muss wann immer ich eine stelle an meinem körper finden die sich ganz deutlich anders anfühlt als der übrige körper schenke ich mir selbst die aufmerksamkeit und konzentriere mich auf die stelle damit verbindest du dich mit dem gefühl das in dir liegt und erkennt erkennst es so kannst du reagieren so kannst du rechtzeitig erkennen wann du dich um dich selbst mehr kümmern musst und bitte nun auch dein höheres selbst sich um dich zu kümmern dir deutlich eher zu zeigen wann du selbst unterstützung und liebe und mitgefühl für dich brauchst und vielleicht auch sonst welche bedürfnisse gerade zu erfüllen sind schenk dir immer wieder diese zeit um nach innen zu gehen und nimm dies diese wunderbaren gedanken von liebe und mitgefühl jetzt in deine nacht mit hinein und sei gewiss dass dein unterbewusstsein für dich alles versorgen wird und du kannst nun dich ganz ganz tief entspannen und schlafen dich dir Ruhe und Liebe hingeben ich danke dir und du kannst dich hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020